muss auf die karte da müssen wir hin irgendwo sind dämliche wachenschwäler ja ab aufs dach ist immer besser ach du scheiße da muss ich hier lang boah ist das doch hier ernst ok ok man kommt doch gut irgendwo lang aber man wird halt gesucht na so problematisch wo haben wir den aussichtspunkten santa marie de fiore die santa marie de fiore ist eine der größten kirchen italiens und das größte gebäude in florenz wie geht als erstes meisterstück der renaissance architektur obwohl die kirche von annaufo die cambio bereits 1296 entworfen wurde begangen die bauten vom dom nicht vor anfang des 15 jahrhunderts da cambio schon lange tot war gab es keine architektur der architekten in dieser zeit der in der lage war eine solche enorme struktur zu erbauen strebe strebewerk war nämlich in florenz verboten und möte brauchte mehrere tage um zu trocknen ok aber noch war nicht alles verloren philippo goncialici der bei einem frühen wettbewerb für den entwurf des portals des propiteriums unterlegen war gewann dann die ausschreibung für den dom er besiegte lorenzo giberti denselben künstler dem er vorher unterlag ok irgendwie diesen namen auszusprechen ist auch so ein bisschen moa brunneleschi er fand maschinen um die ziegel die für den dom gebraucht wurden zu den arbeiten zu bringen und war in der lage die gesamte kuppel ohne die hilfe eines lehrgerüstes und das gerüst für die kuppel werden die ziegel gelegt wurden zu konstruieren der dom enthält mehr als vier million ziegel und wurde 1436 fertiggestellt die laternen wurden nach uncellius tode 1446 hinzugefügt und erhält angeblich heilige reliquien allerdings gibt es auch gerüchte dass ein komplettes grab unbekannte herkunft stattfindet ich will das eigentlich nicht lesen ich will gucken wohin ok ist immer noch so weit weg ok wo lang da unten zack ja schon reichlich ist ganz schön viel zu lesen und dann immer noch irgendwelche wörter bei namen wo du dir denkst waaat wie spricht man den denn aus und dadurch verlese ich mich auch ständig na gut ist aber nicht so schlimm ja ihr findet es wahrscheinlich lustig dankeschön ok äh 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 komm klär da hoch oder mach so alles klar äh 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 soo jetzt haben wir noch mehr alles klar so so da unten waaah das ist so schön dass das geht waaah äh 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 ich glaube das ist das falsche gebäude nein nein das ist es äh 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 kommt die methode der cortisane lernen in meinem geschäft ist diskretion alles wir müssen uns frei bewegen gesehen doch unbemerkt ihr müsst lernen unterzutauchen und eins zu werden mit der menschenmenge in der stadt meine mädchen zeigen euch wie taucht sie eine gruppe unter wir werden uns gut um dich kümmern ich kann sogar stehen so kann man da drin bleiben und dann einfach verschwinden ich muss sie jetzt folgen ab in die menge ich kann mich halt da hinsetzen ja 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 reinbrennen hallo ok wo kommt er wohl her es ist so gemein ne ich kenne den mal nein ich kenne mich nicht hat einen schicken schneider was hat er zu woher kenne ich den kerl der kerl kommt mir meine schuld vor hey ihr halt ich muss mit euch reden fuck fuck oooh das ist schwer in meinem geschäft ist diskretion alles wir müssen uns frei bewegen gesehen doch unbemerkt ihr müsst lernen unterzutauchen und eins zu werden mit der menschenmenge in der stadt meine mädchen zeigen euch wie ja ich möchte da rein stellen du kannst immer gerne mit mir üben hehehe voll will ich stolen maledizione hier ist ein taschendieb wache hehehe hehehe wer ist das dort drüben mehr weiß er nicht hehehe vielleicht ein heiliger mann vielleicht ein heiliger mann hehehe hehehe ok 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 hier ist niemand alles klar alles klar ich stelle mich hier nochmal rein hehehe 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 komische kapuze kann man immer stehen bleiben ne hm ok ok ja ich muss mal so stehen bleiben dann es hat gerade auch so ein bisschen das Problem kommt sie hier lang oder wo lang geht sie bleibt da stehen bleib da stehen bleib da stehen ah da ist sie das ist echt gemein manche sachen das ist echt gemein manche sachen das ist immer rein stehen die müssen stehen bleiben aber trotzdem das ist doof ok hab's geschafft wenn wenn nun da ihr untertauchen könnt zeige ich euch was man damit sonst noch so machen kann ich zeige euch wie man stiehlt festhalten um mit jemandem zusammenzustoßen um ihn zu bestellen bestimmt die 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 wenn ihr jemanden bestohlen habt dürft ihr nicht verweilen hilfe so halte ihn jemand no 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 ich wurde beraubt hilfe hihihi 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 seid achtsam ihr müsst verschwinden sobald ihr sie beraubt habt hihihi Und verschiedene Personen bestellen. Geschafft. Ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten? Einem Fremden. Auch ich kenne Verrat. Asim Erme. Wenn Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Okay. Alles klar. Da hinten ist Giovanni. Gehen wir hier mal hoch. Was immer der getrunken hat, es muss gut gewesen sein. So, man kann drücken, um einen angeheuerten Gruppel dem Befehl folgen zu geben. Ah, das geht ja auch. Alles klar. Benutzt sie sprechen, um meinen Feind zu erfassen und drücken sie den, damit Kortisane ihn zieht. Okay. Was auch immer. Ich lerne das ja noch. Aber ich kann eh immer gerne über die St... Darüber. Hä? Was sind das? Hi. Hey, bei euch sieht das einfach aus. Bleibt hier. Achso, alles klar. Aha. So ist das gemeint. Ich töte alle, die hier durch wollen. Läuft bei mir. Was tut ihr denn hier? Okay, hier kommen wir nicht lang. Die Route del Cambio warnt ihre Mitglieder vor der Familie Ben DiVoglio aus Bolon. Aber trotzdem können wir hier halt langlaufen. Ich glaube, das ist der Turm da hinten. Da, wo wir hin müssen. Also auf den Turm erstmal klettern. Wo ich nur ein bisschen die Sachen erkunden will. Okay, da kommen wir nicht hoch. Dann klettern wir hier immer hoch. Ach ja. Mein Standard, dass ich über-runterspringen. Ach nee, das ist der Turm. Alles klar, ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Läuft bei mir. Ja, läuft echt bei mir. Naja. Was ist hier halt? Wie gesagt, Aussicht echt geil. Aber das nervt gerade. Okay. Karte aktualisiert. Okay, ja gut. Mehr sieht er halt gerade noch nicht. Hui. Okay, so ruhig. Giovanni ist irgendwo da. Ja. So. Wird wahrscheinlich da unten irgendwo sein. Zumindest ist da halt der Eingang. Da, wo da halt immer ist. So. Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren. Sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, que pasticcio. Tutos santo giorno que cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut. Lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment. Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, äh... Sch, sch. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten... Bitte. Es ist fertig. Na, was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich habe nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Okay. Das haben wir gemein eben. Ja, und jetzt? Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider. Nur diese eine. Hör zu. Wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache. Öffnet diese Tür. Äh, ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört. Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht verdummt. Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? War das genug? Was ist nun? Ich wurde entdeckt. Toll. Ich muss aufpassen. Und mich nicht entdecken lassen. Ja. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört. Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht verdummt. Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Okay. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir. Zur Forschung. Okay. Ich muss mal die reinbringen. Okay. Wenn es so ist. Auch nicht schlecht. Bestell nicht so. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran. Findest du mehr dieser Seiten? Bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Ja. Warum spawnt man direkt da, wo eigentlich die Wachen finden können dann? Wenn sie da rumlaufen. Das ist so blöde, ey.